jetzt fällt hier wieder irgendwas kommt wieder ein schwarzer achso was soll das denn heißen fährt hier weiter das ist der gleiche wichser wie immer fährt weiter ok alle autos sind jetzt weitergezogen der heli steht da ich habe alles im blick nichts bislang gesehen ja hier findet wirklich irgendwas so ein hummingbird ein rebellen hummingbird mit ein paar tarnflecken einer im gelisut drinnen zwei drinnen mit gelisut zwei drinnen nur gesehen was lang hier wollen die hier nicht selber auslaufen die steigen und ich komme hier runter die kommen hier runter bei mir die kommen hinter mir runter die kommen hinter mir runter die wollen hier selber auslaufen die packen den heli doch nicht runter 100 meter meter die wollen hier selber auslaufen was haben die den jungs wir können hier wegklatschen die haben keine krassen waffen so wie es aussieht wohin gehen die überhaupt die sind jetzt links von mir links von mir wenn ich nach hinten gucke wo die gelangen sind die sind jetzt links da irgendwo rumgelatscht bei der garage hinten oder die kommen beide zu meinem haus beide zu dir ja ich sehe sie ja Clowns die haben beide THGs die laufen in mein haus rum die kommen ja die kommen zu mir oder laufen ne ja die laufen zu mir in die richtung die laufen zu mir in die richtung beide beide über die straße ja 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 die sind reingelaufen die sind reingelaufen die sind reingelaufen da sind überfall hände hoch die hält einer down die sind reingelaufen die sind reingelaufen das ist ein überfall hände hoch hier hält einer ok jetzt flatschen die auch weg die flitzer die sind an meiner leiche genau hinter dem silo warte ich glaube einfach deren heli übernicht ja komm dennis probier die heli zu klauen probier die heli zu klauen Dennis Jontan du guckst ob die zu dir kommen hinter den silos hinter den silos bei diesem drecksloch wo ich mich versteck Alter wo noch 50.000 äh w-w-w-w-w du musst jetzt wirklich mal sagen wenn die kommen die sind noch bei mir andere stelle hab einen da ist noch einer der rennt jetzt nach rechts direkt bei dir der ist jetzt piek 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 wo rennt nach rechts hinterm silo irgendwo ist denn grad den dennis gemacht na gar wo ist der kittel ich weiß ich seh nicht mehr aber der ist nach rechts irgendwo weg ja ich hab den schlüssel ich fick jetzt meine heli bisschen weg oder ja 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 kill ich seh nicht wo er ist ich brauch echt info ich seh es selbst nicht ich hab deren handy irgendwo rechts oben davon wo ich gestorben bin oder wo du den anderen gekillt hast auf der glanschel dann rechts irgendwo die fliegen mit autohaver jetzt ballert der sind das zwei ne nur noch einer nur noch einer nur noch eine einen hast du down schießt nur auf mich er schießt auch mein heli er fokussiert sich auf dennis ja der rattert ja recht auf mich er ballert immer noch er sagt ihr kennt ihr den ohne zu schießen dass irgendjemand was sagt und ich hab ihn einfach aufgemetzelt hey ich hab was gesagt hol den heli kille ey mach Steuern und Z mach äh Steuern und Z mach äh Steuern und Z alt Z mach das mal bei dir müssen wir das schicken die wollten doch grad selber überfallen die sollen sich ficken und die haben auch nicht geschossen das war auch kein die haben auch nichts gesagt ich weiß nicht wie das ne komm ich hab die auch am Anfang abgeballert Digga Digga du hast gecallt du hast es gecallt wenn du es gecallt hast war das ein Roleplay also jetzt mal ernsthaft also ich hab geschrien und dann hab ich eigentlich quasi zwei Sekunden danach geballert Digga sorry bei mir ich war dann längst um heli aber bei mir war der unterschied beide standen quasi neben mir Digga er war richtig pissig er hat gesagt ey ihr kennt den Digga ich war nicht so schnell mein Heli und macht mich ab ich hab die anderen Heli Leute da kommen drei Autos wir und haben big track die fahren aber weiter die fahren alle drei weiter das ist aber auch ne Kolonne wie heißt die ey ey machen wir das unbeliebt auf den server ist uns doch scheiß egal wenn wir gebannt werden ja ist doch scheiß egal das ist so eh mal das Problem ey die Leute wie hieß die gerade wie kann ich das nochmal gucken äh weiß ich nicht ich muss jetzt erstmal hier kurz weg Digga äh okay du du ey Dennis du sollst dich da auch wegpissen du sollst da jetzt nicht unbedingt mit dem Heli äh direkt an den Metallhändler fahren hier der Hans Franz der Schlitzer ey wo fliegen wir denn hier nicht mal dran ey ne Dennis gibt Kennzeichenwechsel dann hast du den Heli wo kann ich das denn machen Kennzeichenwechsel wo geht denn das irgendwo gibt's Kennzeichenwechsel ach hier Kennzeichen ändern bei Chor oben ey aber die haben noch nichts in Old Chat geschrieben und äh ne also die haben noch gar nicht agiert also die sollen sich ficken Hallo Jonathan wie findest du mein neues Heli vielleicht vielleicht hat der eine gedacht also Kiddo du bist drauf gegangen ja mhm kauf dir das ganze hier neu wir haben grad eh 300k gewinnen gemacht äh was hast du nicht hä das ist nur hier bei Ihnen die kostet 500k oder 400k oder nicht wie viel kostet der äh ne der kostet weniger der kostet genau 290 oder so ja und die ist für 300k schnell weg ey Digga Kiddo ich glaub sein Mate hat dann zu ihm gesagt dass du gecallt hast oder so deshalb agieren die nicht äh Digga ganz ehrlich die hatten auch eh THGs wenn du gesagt hättest stehen bleiben oder schießen hätten sie eh auf dich ey ballern die unten irgendwo irgendwo ballern die unten auf mich Digga Dennis wo bist du wer bist ich doch Alter ich flieg doch zum Linkshändler zum Kennzeichen oder nicht von unten ist die gerade bumm also die schießen auf mich ja du bist grad äh am Sperrgebiet vorbei achso ja deswegen bin ich nur abgewonnen warum schießen die auf mich aber manchmal weil ich eine Rebellenhelie habe ok das ergibt Sinn ich glaub die sind hier grad an der Base unterhalten sie sich komm der bleibt dann um zwei Geiern ja ey das ist ne Gang die haben ein Gang Logo aufm Heli ja ein bisschen nach rechts also hinten hinten pass auf mit nein andersrum Junge ok runder runder mit der Scheiße äh Dennis ich hoffe du nimmst das grad alles auf was er sagt na klar perfekt ähm ich geb dir mal die Schlüssel jemand an hier steht das ist kein Fahrzeug in der Nähe ok kannst du machen ne was steht da kein Fahrzeug in der Nähe ja dann gib mal ein Heifel Ticken ja so äh Autodealer ach scheiße zählt das nur für Autos und nicht für Flugzeuge mhm ach das ist ja scheiße ich muss den mal reparieren der hat mich ordentlich abgeknallert ja komm du kannst den hier fliegen ich reparier den kurz hier ich nimm den hier du nimmst meinen ja ok weil hier ist extra so glaub ich dass du da rein fahren musst mit dem Auto um das Auto zu verkaufen mhm wenn nicht dann schreib euch die an und frag die mal ob wir ob die das für Dings haben wollen nö wie nö denn ihr müsst im Summer restart warten ne ob ihr das abkaufen wollt für Lösegeld dann sagen wir wo die das abholen können mhm ach hier so behindert steht der hier oder was ist es ist kein Fahrzeug zum verkaufen in der Nähe Digga entweder mach ich den Heli kaputt ja ist der Heli egal schieß weißt du wo der wo der Tank ist ne ich mach ey ich flieg da jetzt da drunter und guck ob ich den Dank und das ist zufällig Small hole das kann ich dir sagen ich bin der zu zittrig wenn ich das mach Pirelde fällt da auch nichts an was wir damit machen könnten oder mit dem Heli äh nicht unbedingt ne weil selbst wenn wir irgendwie farmen gehen und uns die Cops dann fragen dann fragen die mhm wem gehört ein Heli und dann kriegen wir noch mehr auf den Arsch ja aber mit dem Kennzeichen ging es leider nicht für Ticken ging es vielleicht auch nicht mach das ehrlich bitte wenn Tappen mit Autohafer jemanden haben ich glaube Kennzeichen geht glaube ich nur wenn du der Besitzer bist dass du das einem übertragen kannst ja was weiß ich meinen ich hab's geschafft ja nein ja aber das ist ja das ist kein Fahrzeug zum kaufen in der Nähe scheiße ja egal dann kann man den erstmal für die Überfälle nehmen und packst deinen rein oder nicht das ist behindert was kann man denn mit dem Heli machen das finde ich das echt blöd kann sich kaputt machen oder willst du oder wir pressen Lösegeld Digga wir landen nicht beim Special Forces mit Waffen draußen Digga mit Barrioren land vor dem Tor vor dem Tor dass das jemand nee nee rechts 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 haben die ein Tor ja nee rechts mein Tor nicht mehr da gehört die Straße entlang die Straße entlang das ist so ein Tor land einfach davor ja okay riecht dich davor auf der Straße du bist doch immer so ein Straßenlander Digga und nein Jontana ist wieder überlegende Kiran abseilen Alter Alice Alter 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 ey 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 sei da neben Dr. Y jetzt einfach oh mein Gott ja mach den zu so los wir setzen uns jetzt hin wo da ist grad ein Fallschirmtyp hier raus da landet ein Fallschirm wo in der Basis ich sehe hier nix was für ne Basis Alter da drin ist da grad einer mit dem Fallschirm gelandet das ist ja gar spezial rennt schlampen rennt mach die Waffe weg Digga da kommt einer da kommt einer da kommt einer da kommt einer ey ey lass mal lass mal die Lunden an Mann und weg nein 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 ey doch 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 benutzen benutzen die Eier beschlangen an die von Hans Franz mach die Lunden an und tritt weg rein ich stehe hier grad im Busch der guckt genau in meine Richtung scheiße Digga geht wieder rein ja alter ach geil geil ey geil ey bin ich der einzigste der das gefilmt hat oder Alter ist hin und auf Wolke ja dann hier 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 Anton ich hab noch was für euch was richtig starkes hast du mir Heroin gegönnt ja nein er hat kein Heroin wie bist du so genug geflogen ey der startet grad mit seinem Walker oder so Digga ne das ist ein Ghost Talk glaube ich oder ey Digga wenn er anhält und euch äh festnehmen will dann knall ich ihn ab ähm ähm das ist kein Orca äh äh wo ist das wo ist das und hier wenn du weed äh das sind kein Orca Jungs lol ihn juckt's einfach nicht ja denkt sich alter easy money wir haben ihm grad so viel Gag geholt glaub ich ja er habert oben ey der hat doch Thermal oder ja der kann nicht auf 10km sehen wenn er will äh wollen wir schnell rauslocken ne wozu dann aber das geil ist eh dass wir den beschlagnert haben so dann kommen die auf jeden Fall nicht ey vor allem das würde sogar Sinn machen so by the way also wir könnten ihn wirklich beschlagnern und die dürften ihn dann nochmal zurückholen aber wenn du den beschlagnert hast kann das sein dass er am Serverrikser wieder da ist oder musst du keiner fragen wenn er den beschlagnert hat hat der musst du den entweder von denen abholen bezahlen oder der ist einfach in deiner Garage ja wieder wieder Einen wissig dicken Lümmel, der hängt sich nur über die Mauer. Oh Gott, oh Mann. Ja, da hab ich gehört, dich halt direkt hinter der Mauer steppen, Digga.